Ich dachte, wir machen ein schlichtes Plakat. Hier oben steht dann 35 Jahre Kapitolversicherung in diesem Dunkelblau. Also nicht in diesem Krampfadderblau, wie letztens mehr in so einem Fläumchenblau. Und hier steht dann Tag der offenen Tür. Ja gut, oder hier halt. Herr Stromberg. Ja, was denn? Ich mach dir Herrn Pöhlmann einen Vorschlag. Sie sollen bei hausinternen Fragen assistieren, mehr nicht. Der Herr Pöhlmann leitet eine Eventagentur. Ich glaube nicht, dass er ausgerechnet von Ihnen Vorschläge braucht. Kein Problem, wirklich. Den Hintergrund, da machen wir was Grafisches. Als Chef musst du auch Spannungen aushalten können. Und wenn die Luft mal wieder zum Schneiden ist, dann musst du Messer mitbringen. Du musst auf den Nerven vom anderen La Paloma spielen. Wir haben ein paar lustige Clowns für die Kinder. Kinderprogramm waren ja wichtig. Ich bin sicher, für einige hier im Haus ein rotes Tuch. Keine Frage. Aber die Stiere gehen im Stierkampf alle drauf. Das rote Tuch hält ewig. Ja, die Autogrammstunde mit Costa Carta alles nicht weit.